Blödes Teil. Aussprechgeschwindigkeit plus 15. Plus 30%. Das wäre später sicher nicht schlecht. Ich weiß nicht ob ich etwas anders gehen soll. Ach komm da. Das ist jetzt schon wieder so schlimm. Das ist nichts gescheites. Link haltet ja noch. Geil. Wir können das nicht skillen. Dann sehen wir das später. Und wir nehmen Stele und Sinnesstoß raus. Also zwei Sachen die wir noch nicht brauchen. So. Ich habe gehört dass die Imps recht gut im PvP sind. Da kann man die Gegner schön nerven. So. 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 Und dann hier Bündheit. Und hier Manapool. Dann noch Drachenblut. Und Selbstteil. Kann man hier auf... 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 Ehrgeizige Aufopferung. So. Und der Rest brauchen wir nicht zu skillen. So. Jetzt haben wir das wieder. Und er schlägt wieder. Okay. Weil Flaps momentan spinnt. Bereche ich die Aufnahme für heute auf. Ich habe noch genug Videos über Rechnung. Die ich jetzt hochladen werde. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Sobald die letzte Aufnahme hochgeladen wurde. Also bis dann. Tschüss. Und ja. Viel Spaß mit den anderen Videos. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen. Jetzt ist Downtime und eine Fortschlacht im Gange. So. Wir müssen hier den Weg über die Brücke finden. So. Endlich fängt mal richtig meine Fortschlacht an. Ich bin zwar erst Level 33. Also am schlechtesten von allen. In der Party. Aber... Ich muss ja sowieso nur heilen. Und auf... Die Ome bekommen. Na ja. Ich werde vorsichtig sein. Und nicht übertreiben. Und ich muss mich tarnen. Irgendwie muss ich mich tarnen. Naja. So ist jetzt auch nicht gut getarnt. Aber... Ich könnte... meinen Schmuck mal rausnehmen. Dafür... die Sachen ausziehen. Ja. So sieht niemand wie schlecht ich bin. Ich bin einfach nur ganz schlecht so. Oder? Hm. Na ja. Geil. Ich gehe jetzt zu den anderen. Und schaue mal wo sie sind. Da oben. Schon wieder Samalvor. Ist mir langsam langweilig. Ich habe gestern schon einen Samalvorschlag gemacht. Und vorgestern. Vorgestern. Immer greifen wir nur Schuhe. Schau mal an. Aber ja. Ist doch gut. Also jetzt seht ihr es auch mal in... Also bei mir. Ja. Ja. Ich will ja aufnehmen. Und ich hoffe es leckt nicht allzu sehr. Es leckt nämlich jetzt momentan ein kleines bisschen. Aber... Ja. Okay. Ich hoffe es ist für euch alles gut. Auch mit der Stimme. Also mit der Lautstärke und so ist gut. Sonst muss ich den Sound nämlich leiser machen. Und leiser geht es leider nicht mehr. Weil hier schon beim Anschlag ist. So. Ist jetzt Musik? Ah. Ist jetzt Sound? Ja. Ein bisschen ist noch Sound. Ja. Ein bisschen ist noch Sound. Ja. Ich könnte sie wieder ein bisschen lauter machen. Ah. Ist ja laut. Okay. Ich hoffe so ist eigentlich relativ gut. Waschertock. Ossierparty. Wahrscheinlich den Arim. Ich weiss jetzt nicht welche Partymitglieder... Also welche Gehtmitglieder oder Klamitglieder welche sind, aber ja. Zykloppen. Dafür bin ich noch zu wenig lange in der Partymitglieder. Und ja. Aber manche kenne ich schon. Zum Beispiel Bridget Jones ist die ICE. Also die Gehtmitglieder... Also die Gehtchefin. Die Gehtchefin. Und ja. Haudrauf und Syrate kenne ich jetzt nicht. Barschertock auch nicht so. Wahrscheinlich sind das einfach andere Charakteren von anderen, die ich kenne. Aber ich will jetzt niemand sagen, wer wer ist, weil es wahrscheinlich sowieso nicht stimmt. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter nach oben, oder? Ja. Ja. Ich muss nach Norden. Hui. Okay. Bald bin ich dort. Bald bin ich dort. Eis seid ihr. Schau mal. Ja. Wissen. Schau mal. Ne. Leider. Aber Def ist ja da. Wer ist Def? Hm. Oder heißt Defensiv? So. Wir müssen hier unter zur Brücke gehen. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Ich bin da ums King gewesen. Da war die Schlacht schon im Gange. Ich war leider ganz am Anfang, als sie gesagt haben, sie gehen angreifen. Und ich bin natürlich sehr langsam. Aber ja. Hoffentlich. Ja, sie sind eigentlich relativ gut. 13. 3 Level 60er. Und sicher auch andere noch dort. Und ich bekomme wahrscheinlich oft die Schippe. Bis ich dort bin. Hoffentlich sehen nicht die Gegner, dass ich so schwach bin. Sonst komme ich sowieso auf die Ome. Weil sie konzentrieren sich dann auf mich. Ich bin doch nur die Heilerin. Ich bin doch nur die Spielverderberin. Indem ich die guten Leute heile. Aber ich weiß nicht, was Bridget Jones für ein Charakterklosser ist. Also Eis ist, glaube ich, die der Charakter, der die Beschwerden ist. Aber ups. Ich weiß einfach fast nichts. Also lassen wir uns überraschen. Und ich habe so etwas von Rips. Also so. Etwas im Hals, dass ich ihm fast ripsen muss. Oder im Magen. Ein Stück kaufen und so. Einfach für den Magen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr es nennt. Wir sagen einfach. Ja. Die ganze Zeit einfach. Gopsen. Das ist der Schweizerdeutsche Ripsen. Schauen wir mal bevor wir. Ja. Sie sind beim Schammel vor. Oder sie sind im Schammel vor. Und wir bekommen hoffentlich keine auf die Schippe. Wir müssen vorsichtig sein. Aber wir sind da. Es ist niemand zu sehen. Dort ist jemand zu sehen. Aber das ist... Hau drauf. Okay. Aha. So. Gut. Der Clan, die Party schreibt ja nichts. Das ist nur K. Als AFK. Hier haben wir zum Beispiel große Heilung. Da können wir eigentlich... Die so machen. So. Äh. Heid einen verbinden. Heid einen verbinden. Heid einen verbinden. Heid einen verbinden. Da müssen wir hier irgendwo... Wir haben leider nicht so extreme Party Skills. Die kommen erst später. Wir haben eigentlich einzelne Charaktersachen. Ich wähle mal Richard Jones aus. Die ist hier. Wir küssen sie mal. Hehehe. Auch wenn wir... Lashbis sind. Ablenkendes Hindernis. Ah, das ist auf mich. Winke winke. Wir werden uns ausrüsten. Ich gehe nirgends mit. Hab zu krasse Legs. Enro, Enro habe ich... Habe ich irgendwo mal ge... Healert. Man gehört wahrscheinlich. Eben als ich oft bin vielleicht. So, schauen wir mal wo die anderen sind. Hau drauf. Da ist der vorne. Dann Enro. Der ist links. Der Junax Shem Tech ist da. Der Zirtag da. Und der Washerdok da. Okay. Da hat er eine Grinch Maske. Das sieht irgendwie nach Heiler aus. Die Bridget Jones ist also die Heilerin von der Eis. Als die beschwören. Oder könnte auch Hextenmeister sein. Aber ich glaube nicht, dass das Hextenmeisterin ist. Okay. Dann werden wir mal neben der Bridget Jones heilen. Komm her. Ja, wir haben einen Held oder der Schrein. Mal ein bisschen rum. Hört man gar nicht. Also ich höre es nicht. Da wahrscheinlich zu lautlos angestellt wurde. Auch da oben vorne ist ein Wirbelwind. Da müssen große Heilungen setzen. Hä? Okay. Kann man hier nicht... Ah, nicht die. Kann man echt an sich so angreifen? Verpackt. So, irgendwie... Ah, jetzt ist es wieder nicht verletzt. Stimmt. Muss man mehr nach oben schauen. Ich bin zu schlecht. Also nochmal schützen. Ein bisschen heilen. So. Okay, auch mal heilen. Ich werde jetzt einfach die ganze Zeit Mana heilen. Kann man ein bisschen näher. Mal den heilen. So. Die mal heilen. Jetzt werde ich mal schauen, wo Bridget Jones da ist. Ich da. Der ist da. Der ist da. Heilen. Ah, nein. Das ist Energiebind. Du hast nicht genug Mana. Ähm, wo habe ich? Synergiebindung. Habe ich jetzt nicht. Auch noch ehrgeizige Opferung. Was ist da vorne? So. Mal hin. Und jetzt schaun ich da. Keine Mana. Heilen. Der Xunats. Der ist da hier. Heilen. Also Mana heilen. Ja. Gut. Jetzt haben alle eigentlich relativ gut Mana. Also sorry, dass ich die Aufnahme beenden musste. Ähm, aber irgendwie hat es geleckt und mein Vater war gerade hier. Ähm, es passierte nicht mehr viel. Ich habe einfach die ganze Zeit Mana geheilt und ähm, Leben geheilt und ja. Schade. Aber ja, jetzt seht ihr wenigstens der Anfang und das Mittel der Schlacht und ja. Es wurde einfach die Burg gestürmt. Also es ist vorgestürmt und wir haben verloren und alle sind jetzt wieder hier. Mehr wurde eigentlich nicht gemacht. Also ich habe nichts verpasst. Schade, dass ähm, Frebs geleckt hat und ja. Und immer noch ein bisschen leckt. Okay, ich habe einfach die leckeren Sachen habe ich rausgeschnitten. Damit ihr die nicht ertragen müsst. Jo, mehr konnte ich nicht machen. Es war auch nicht so besonders spannend. Ja, ich schaue, dass ich bald ein bisschen stärker werden kann. Also ich bin ja immer noch am Level dran. Und dann mit Level 40 oder 50 werde ich dann sowieso für ein bisschen besser etwas machen können. Ja, als Beschwerer ist es halt nicht leicht auf einem Schlachtfeld. Man muss auch auf so eine eigene Sicherheit achten und man hat relativ wenig Mana, habe ich bemerkt. Ich habe immer wieder aufopfern müssen und ich hatte fast selber nicht keine Heilung mehr. Dann muss ich auch selber manchmal mit Selbstheilung heilen. Sonst, ja, kann ich nichts mehr von dieser Schlacht, also ich kann nicht mehr von dieser Schlacht sagen, als wir haben sie verloren. Wir haben aber gut gekämpft, sie war lange. Wir hatten eine extreme Unterzahl. Es kamen dann noch recht viele von den Roten, von den Nicken. Jo. Also. Ich hoffe ihr habt es trotzdem gut gefunden und wir können das nächste Mal weitermachen mit Champions of Regnum. Beim Leveln und wow. Also bis dann und jo. Viel Spaß noch mit den anderen Videos. Tschüss.